Ihr habt es geschafft und... Hey, was machst du da? Quatsch, ich weiß nicht, wie ich da irgendwas mache. Der macht das von alleine. Genau, der macht das von alleine. Der fliegt nach Amerika. Der macht das von alleine. Naja, wahrscheinlich macht das nicht von alleine, aber ich hab keine Ahnung, wie ich's mach. So, hier sind wieder eure Kröten mit Kirby, Starlice, Helden in einer anderen Dimension. Und heute spielen wir Dimension 3 und... Und heute spiel ich mal Kirby. Und die verfolgen mich. Ich will doch nur aufs Klo gehen. Die gefallen mir nicht. Ja. So, jetzt hab ich hier Margolor am Start und kann nur für meine körperliche Unversehrtheit hoffen. Oh Gott. Dass ich Margolor nicht umbringe. Das gibt bestimmt Ärger sonst vom Chef hier. Ich wette mit dir, du wirst sterben. Egal, wir haben drei. Ich mach auch Scheiße, ne? Wir haben drei so eine Leute. So lange, ich kann zweimal sterben. Und zweimal sterben, ne? Und da hast du ja extra letztes Mal Margolor wie ein Irrer eingesammelt, ne? Damit ich ihn jetzt am besten vergeude. Nein. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, ne? Brauchen wir den Stein? Ja. Wir töten mich. Aber tausch nicht mich aus. Doch. Wir haben mich. Ja. So einfach. So einfach so. Aber die darf ich jetzt anbauen, ne? Ja. Stell dir mal vor, ähm, hier, Margolor, während der Schule, dann so, brauchen wir diesen PC? Und dann so, ja, und dann so, ich war's nicht. Lass mich raten, du darfst ihn nicht zerquetschen. Doch. Wie du siehst, ich darf nicht. Aber jetzt ist er weg. Ja, wir müssen jetzt mal zurück. Ich bin ohne Kuh. Aber immerhin kannst du dich beamen. Normalerweise wäre das jetzt wieder so eine... Haha, sie haben verkackt Stelle gewesen, ne? Das ist ja gut, dass du dich mit dem beamen kannst, sonst hätten wir wieder verklackt. Halt, du musst den doch da oben trotzdem nochmal rein schnubbeln. Oh Gott. Das hört sie zu, die CDU. Oh, ich bin wieder. Nein, du schaffst das diesmal. Ich glaub so fest an dich, dass du... Ja, der geht automatisch nach rechts. Ja, wegen dem Wind, ne? Aber so, geschafft. Die Welt, wenn ich... Geh, schaff. Rechts ist auch die Toilette, da muss ich hin. Rechts ist die Toilette, da musst du hin? Ja. Ach nein, ich guck die ganze Zeit auf Kirby. Ich bin nicht Kirby. Guck mal, mein... Vor allen Dingen hat mein Magulor die ganze Zeit hier Äpfel gekackt, oder was? Ja. Ach Gottchen, Charlottchen, wer sind die denn? Ich mag Äpfel, aber die Äpfel würde ich garantiert nicht essen. Nicht, genau, ne? Wichtige Lebensregel, ne? Don't eat yellow snow. Hier wusste ich, ne? Hier wusste ich nicht, was man da machen muss. Hm. Dann hab ich in Internet noch. Oh Gott sei Dank ist das Internet... Warte, nicht hier die Blöcke kaputt. Nein, nicht die Blöcke kaputt machen, ne? So, und die zweite... Oh, doch, den... Den... Ja, nicht den da unten. So, jetzt haben wir es geschafft. Die zweite wichtige Regel, die wir jetzt gelernt haben, ist nicht Magulors Äpfel essen. Ich komm mit Magulor auch super zurecht. Nicht. Darf ich das kaputt machen? Ich frag lieber mal nach, ne? Warte. Ja, ich mach nichts kaputt. Müssen wir da oben rein? Ja. Muss ein wenig lauter reden. Ich hab Angst, dass ich hier was falsch mache. Nicht hier verbrennen, Cpius. Wir hatten das Spiel. Weißt du, was man da machen muss? Wir hatten das Spiel, auch mein Speicherstand. Wieso macht Farbe, bitte? Ja gut, ich glaub, das Wasser... Also, ich glaub... Nee, das macht keinen Sinn. Oh, wie hab ich das gemacht? Klar, ähm, bei den Toastkassen braucht man Wasser. Aber wenn das das löscht, hat der Pinsel verdammt viel Wasser genommen. Oh? So einfach hier... Lösch Lava, Lösch Lava. Weiß nicht mal, wie man mit dem vernünftig... Die Lava einfach überall malen. Picknick-Malerei. Ich hab das jetzt eigentlich aus Versehen gemacht. Du brauchst ja auch ein bisschen Futter, ne? Ja, ich bin hier. Gott. Wie hab ich jetzt den Strudel gemacht? Ich komm so nicht auf Magelot. Nee, brauchst du mir jetzt nicht zeigen. Mach's mal lieber die Aufgaben da. Ah. Oh Gott, warte mal. Wie geht's denn hier? Aber auf jeden Fall musst du nochmal den Schwanz, glaub ich, löschen, oder? Wie geht das? Wir brauchen Strom. Hat Magelot Strom? Mach du das! Ja. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Wie geht das? Magelot Strom? Ja, so. Ah. Ja. Nee, ne? Wie soll das bitte gehen? Erzähl mir das. Na ja, also... Wir haben jetzt gelernt, dass sich die Spawn in den Blöcke umbringen können, aber ich glaube, du musst trotzdem nochmal den Schwanz löschen. Musst du nicht den... Wie soll man bitte den Schwanz löschen? Mit deiner Farbe? Nein! Nicht. Der hat ja einen Schwanz. So, jetzt nicht wieder in die Blöcke. Doch. Nee. Hier siehst du, man braucht ja einen Schwanz. Ach so. Und Wal hat ja einen Schwanz, was macht der Stein da. Ja. Quatsch. Hier siehst du? Man soll das Bild immer nachmachen. Ja, hab ich auch schon verstanden, aber ich hätte jetzt gedacht, man muss denn nochmal die... Ich bin die Wolke. Wie heißen die nochmal? Krako? Krako? Ja. Nee, Krako. Gut zu merken bei der Krako-Wurst. Vor allem der Vergleich hinkt. Der hinkt. Der arme Krüppel. Ich suche immer noch bei Zweifels nach einer Palette. Also nicht ich im echten Leben, aber Kirby. Metamite ist ja tatsächlich einer meiner Lieblingscharakteren. Das geht eigentlich einfach nur... Müssen wir da hoch? Das geht eigentlich einfach nur... Brauchen wir welche von denen? Dunkle Armeetanheiten. CPU bringt um. Brauchen wir die jetzt? Ja, ich... Du brauchst ein Feuerschwert, ne? Bist du gerade wirklich in den Gegner reingefallen? Ich gucke immer auf den anderen. Oh Mann. Nein. Ah. Das Feuer ist nutzlos. Wirklich. Super. Da steht da einfach nur... Stimmt. Magolor kann alles. Der kann auch Feuerschwertchen machen. Aber jetzt müssen wir die noch mal anzünden, ja? Ja. Aber ich... Oh nö. Oh nö, ich will das nicht. Dann müssen wir jetzt schneller runter. Da kann man nicht runter. Ich brauche keine Handlung. Nö, ich will das nicht. Ah. Jetzt darf ich nur nicht ins Loch fallen. Bringst du den um? Ich bin so ungeschickt. Ja, hab ich es geschafft. Hey, was machst du da? Quatsch. Ich weiß nicht, wie ich da irgendwas mache. Der macht das von alleine. Genau. Der macht das von alleine. Der fliegt nach Amerika. Der macht das von alleine. Naja, wahrscheinlich macht das nicht von alleine. Aber ich hab keine Ahnung, wie ich es mache. Hab Mitleid mit mir. Guck mal, vor allem bin ich immer noch in der Ecke, weil ich wieder auf den Falschen geguckt habe. Ja, weißt du wieso? Dann hier. Amerika. Amerika. Nein. Ja, nimm du mal lieber. Oh. Da braucht den. Da braucht den. Schneller. Wer braucht wen? Der da. Der da unten. Ja. Kommt der den jetzt noch mal holen? Ja. Nee. Ähm, irgendwie haben wir das doch jetzt. Ich geh mal einfach durch die Tür. Ich hab jetzt gar nichts gemacht. Doch, du verschwärst mir den Weg zum Flütteln. Du nimmst den einfach so. Ah, komm, ich schweb jetzt um. Weiß nicht, was du machen musst. Nein, ich weiß nicht, was ich machen musst. Du nimmst den einfach. Jetzt bin ich da runtergefallen. Sag ich's doch. Du weißt nicht, was du machen musst. So, nu. Hab ich nix gemacht. Ja, ich weiß. So, und jetzt müssen wir den hier. Töt ihn. Siehste. Ich achte jetzt nur auf dich. Irgendwie ist das komisch. Die ganzen. Ich achte immer nur auf dich. Ich seh das nicht. Wir haben uns jetzt hier durch, ich weiß nicht, wie viele. Aber die Zuschauer haben das jetzt was. Ich glaub, durch 23 Folgen Kirby gespielt. Und ich bin schon wieder da irgendwo in der Ecke. 23 ist so, ja. Ja, oder 22. Irgendwie so. Ich glaub, 20. Und immer hab ich Kirby gespielt. Und immer du einen von den anderen. Und ich glaub, da kommen wir jetzt einfach mal so gar nicht drauf. Drei. Oh Gott, wo bin ich? Vor allen Dingen, jetzt läuft ja auch noch der andere Magolor rum. Das macht mich ganz fettig. Ich bin zu alt. Ich kann mir nicht merken, welcher der Magolor aus ich bin. Warte. Ja. Eins. Warum hast du den jetzt nicht gekümmert? Weil wir da noch ein bisschen weg sind. Ah, okay. Jetzt müssen wir in welche Richtung? Aha. Wie du das alles weißt. Dieser Weitblick. Ah, guck mal. Den hätten wir doch voll verkackert. Obwohl, weißt du, das geht sogar hier. Siehst du? Und dann hätte man hier einfach fliegen können. Keine Experimente. Keine Experimente. Doch, Experimente. Geh da noch mal hoch. Los, Experimente. Nein, jetzt komm, mach. Wir haben doch keine Zeit. Doch. Ich muss doch gar nicht. Also, was gibt es jetzt? Äh. Komische Maus mit dem Umhang. Wie heißt die? Äh. Die Bande, der. Da Roach. Da Roach. Da Roach. Oh, nee. Ich guck schon wieder auf den Fall. Nicht töten. Ich mach gar nichts. Du bist so untermastein. Ich hab nichts gemacht, als alle anderen zu sagen. Doch, du hast was. Ich weiß gar nicht. Jetzt tausch mal einen aus. Ich weiß immer noch nicht, welcher der Metern als ich bin. Ja, nur weil's, du siehst das halt. Darf ich das jetzt da elektrisieren? Und du versperrst das? Und du versperrst das? So. Jetzt hab ich verkackt, oder? Nee, ich glaub, das war mit Glück jetzt genau im richtigen Moment. Nee, ich glaub, der prallt ab. Verdammt, es verkackt. Los, bring mich um. Nee, was machst du? Du kannst es doch immer noch. Nein, können wir nicht. Warum nicht? Da ist doch immer noch das Herz zu machen. Ja, aber dann wird es da in den Block reingehen. Aha. Das Herz prallt dann immer auf dich ab, wenn du dahin gehst. Mhm. Beim Stein. Ja, dann. Und das nervig. Dann halt nochmal. Helf mir doch mal. Ich würd dir so gerne helfen. Ich zünd das halt so. Ja, weißt du, was das Ding ist? Das Ding ist, ich spiel hier den vollkommen falschen. Sehr gut. Okay, und jetzt weiß ich auch, was du meinst mit Verkacken. Wie schön, dass ich es irgendwann nochmal feststelle, ne? Welcher bin ich schon wieder? Da oben. Ah, Gott. Oh, mein Mann. Wo bin ich jetzt? Ja, ich bin da hingekommen. What the hell machst du da? Ist hier kaputt. Und jetzt? Weg hier. Warum darf ich das nicht einfach da? Geht nicht. Du hast die Fähigkeit nicht. Ah. Du hast kein Fehlherz. Ja. Obwohl eigentlich... Na, ich hätte es jetzt einsam. Nein, 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 nein. Und so hin, wie es geht. Ja. Oh, danke. Nur bei den einen Charakter, wo wir gefallen haben, wie da denkt. Bring uns alle um. Wow, wenn es mal so ein Fehlzucker geht. Dann gucke ich immer nur auf dich. Mach du. Was soll ich da machen? Ja, soll der Stein machen? Ich muss den Stein. Äh, hier. Wie kann ich das hier machen? Achso, ich weiß wie. Das musst du auch mit dem Stein. Nein, wie soll man Wasser mit dem Stein wegmachen? Indem du mit ihm wieder den Frostcurling machst, dann friert er das ein. Oder so. Nein, das war dumm. Mann, mach doch das, ey. Ja, toll. Jetzt müssen wir uns wieder umbringen. Hm. Oh, ich kann es hin. Wofür? Damit wir da wieder mehr Leben verlieren, als du hattest vorher? Ja, dann grüß mich doch jetzt wenigstens. Ich war doch der Einzige, der nicht volle Leben hatte. Ja, super. Super. Das hat jetzt... Mach einfach. Nee, das hat jetzt mehr Schaden gemacht, als du musst. Ah. Ach, guck, ich hätte auch eine Feuerwalze machen können. Echt? Ja, irgendwie habe ich eine gemacht. Wir sind schon so reinen Profis, Alter. Wir sind dreimal oder so gestorben. Gestorben? Wir haben uns selber umgebracht. Aber gestorben ist gestorben. Und vor allen Dingen, guck mal, meine Lebensenergie. Hätten wir den gebraucht, bestimmt. Oh, meine arme Lebensenergie. Nein, nein, nein. Das ist schon meine Anliege. Ist auch nicht gerade besser. Oh. Ich habe irgendwie das Schwert. Nee, das war nicht ich. Das war der andere Hanse. Wie mache ich das Schwert nochmal? Warte, töte den. Ich kann nichts machen. Oh nein, den da oben. Hilfe. Was mache ich jetzt? Wir haben jetzt den falschen umgebracht. Wir dürfen uns umbringen, Leon. Was hast du gemacht? Den da oben mit dem Schlüssel hätte man da umbringen müssen. Ernsthaft? Du hast das gerade wirklich aufgemacht? Ich habe das nicht aufgemacht. Da lief einer mit dem Schlüssel. Den hätten wir oben umbringen müssen. Das haben wir nicht rechtzeitig getan. Warte, ich muss dich noch wiederbewegen. Ach, du hast noch einen Schlüssel. Ja. Habe ich mich ja umsonst umgebracht. Ich habe auf dich vertraut. Und da... Weißt du doch. Da reinbring ich jetzt noch. Leck zu wollen fürs Leben. Niemals zu kommen. Uns fehlt doch trotzdem. Also außer... Ja, ich weiß. Ich bringe dich schon um. Diesmal bin ich tot. Hä? Willst du mich verarschen? Töte dich. Töte dich. Zeit muss nachlaufen. Hä? Wieso ist jetzt bei einem Mani-Boss sowas passiert? Ah, frag mich nicht. Hä? Wir sind einfach super. Ich meine, wir haben... Ich dachte gerade ganz kurz, wir haben... So, es laufen zwei mit Schlüssel rum. Geht nicht. So, einer kommt gleich hier oben. Den schnappt ich. Ich weiß, aber du hast... Ja, ich weiß, ich weiß. So, und jetzt vertraue ich dir. Ja, ich halte ihn auch. Ich habe ihn. Ab ihn. So, jetzt müssen wir nur... Ja, mach das auf. Wir müssen beide. Das sind zwei Schlüssel. Ja, aber mach das dann doch auf, dass ich das kann. Ach so. Und werf den nicht irgendwo hin. Hä? Wo ist mein... Das warst du jetzt. Du hast das untere Tor aufgemacht. Oh, ach so. Können wir uns nochmal umbringen? Aber das... Aber... Aber das ist wirklich eng. Wir werden auch immer weniger. Sammle nochmal einen ein. Ja, nein. Ich bin jetzt aber der Steinleer und merkst du selber, ne? Ja, aber das nennt man Karma. Ne, das nennt man nicht Karma. Das nennt man... Wir machen es gleich zum vierten Mal oder so. Weil ich den mit dem Stein hier gleich super umgebracht kriege. Nicht. Ja, ähm... Aber du musst mir helfen. Ja, wie soll ich dir helfen? Jetzt ist er wieder durchgelaufen, Leon. Genau das, was ich dir gesagt habe. Jetzt geh hoch und bring ihn um. So, jetzt habe ich ihn selber umgebracht. Ja, okay, bitte. Jetzt macht das Schloss auf. Das ist alles mit Spaß. Das ist alles mit Spaß. Ja, the hate is real und so. Aber wir lieben uns ja trotzdem. Ja. Ich will jetzt... Jeder hat einen Ausraster, ne? Sammle den ein. Ja, ich... So, und wie werde ich jetzt diesen... Stein los? Ich will diesen Stein nicht. Er ist hässlich. Er ist nicht gold. Er ist nutzlos. Ich mag ihn nicht. Ja, willst du... Will deinen ersten... Was ist mit der Maus da? Ja, sie ist hübsch. Sie will... Sie will... Willst du mal ein Spiel? Nein. Quäme ich jetzt leider mit dem Stein. Manchmal ist der Stein gut. Zum Beispiel in meinem letzten Boss. Hier in den Modus. Wieso? Kann er mich nicht verwunden, wenn ich Stein bin? Wenn du Stein bist, dann bist du unverwundbar. Und die Stelle, ne? Ich bin da so oft gestorben. Ich bin sowas von ausgerastet. Und weißt du, als... Da gibt es einen Trick, ne? Der ist so dumm. Ich bin noch mehr ausgerastet als je. Da ist eine Taktik, man geht immer erst oben oder erst immer unten. Und dann auf dem Rückweg geht man immer halt oben. Äh, wenn man unten gegangen ist. Wisst ihr? Achso, und jetzt sind die Herzen immer unten? Ja, ein paar haben wir jetzt eingesammelt. Und ich glaube, wir haben ein paar Herzen und wir haben... Oh, nee. Nee, wir haben, sobald ich das gesehen habe, eben alle gesammelt, die da auf dem Weg waren. Jeder hat mal einen Ausraster. Auch ihr, oder? Halt. Ja, auch noch. Ja, okay. Ich tausche dich gegen Magelor oder so. Ah, Magelor! Okay. Willst du? Nein! Jetzt gib mir Magelor. Gib noch mehr da vorne. Wen willst du denn? Gib mir Magelor. Da vorne sind noch mehr. Ja, du machst doch eh gleich wieder alles voll mit Magelors, oder nicht? Ich kann auch... ein... äh... äh... Ich kann auch einen blauen Magelor machen. Wie schön. Ich meine, jeder rasselt mal aus. Ich rassel mal aus. Papa rasselt mal aus. Jeder rasselt mal aus. Auch ihr, glaube ich. So, und jetzt müssen wir mal unten längs, oder wie war das? Ja. Oh Gott. Wirst du, Mann? Ja. Ich hab gar keinen Bock. Soll ich das machen mit dem Springen? Das kannst du auch nicht. Ich kann das sogar. Nö. Und man muss auch noch die Stelle hier nochmal machen. Und das. Ah. Ach, ich glaube... Ich schneide das so zusammen. Ich kriege hier Flack. Ey, ich will die nicht. Warte, da drin ist gehitzt. Ich präsentiere in der heutigen Folge Plack. Oh! Den willst du? Weiß ich nicht, wer ist denn gut? Oh, da war Waddeldi. Magelor, Magelor. Nee, ich will Waddeldi. Kommt der nochmal? Nein! Doch, ernsthaft. Den nehm ich ja. Hab ich Bock zu. Du wirst du doch was von... Was ist der... Nein! Doch, der ist da so sch... Echt? Ist der... Taubt der bei dem Boss nicht? Eigentlich wär der da echt gut. Ja, wir sehen's ja. Oder? Haben wir... Haben wir Krakow gefunden? Ja, Doppel-Krakow war in der letzten Dimension. Oh, äh, dann ist der da jetzt. Ja, ist nicht geil. Wot's the hell. Wir müssen hier mal... Machst du da mal... Genau. Hä? Kann ich da jetzt krapfen? Nee, hä? Wer kommt denn da nochmal? Sehen wir ja gleich. Mit Glück. Ich halte hier richtig mal in die Luft an. Weil ich das mit dem Springen so... Ja, endlich! Jetzt nur noch unten. Komm, komm, geht weiter. Konzentrier dich. Ich weiß, jetzt nur noch unten. Siehst du? Ja. Wir haben sie geschafft. Easy. Endlich. Dann brauchst du jetzt gar nichts mehr drücken eigentlich, oder was? Haben wir eine Truhe nicht geöffnet? Nee, da kommt bestimmt gleich noch das letzte Springer, oder? Ja, wir haben's, wir haben's. Komm, öffne alles rum. Lass mir den Waddel, die. Was du auch tust. Warte, verdammt. Nein, 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 dreh noch eine Runde. Hm, hm. Danke. So. Da, da. Spaß. Spaß. Und das letzte Herz. Ja, bitte. Souverän. Im ersten Durchgang. Alle 30 Herzen eingesammelt. Wo bin ich? Jetzt bin ich schon Waddelding und kommt mir immer noch nicht klar, wo ich bin. Aber ich glaub, das war eine schöne Folge. Jedenfalls für mich. Ja, jetzt brauche ich nur noch eine Fähigkeit. Ja, jetzt brauche ich nur noch eine Fähigkeit. Du hast doch den super Besen. Hm, 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 hm. Hier was schwer. Hier, warte, mach mal Luft. Da ist Bein. Ich will Luft. Wieso, wer kann denn Luft? hier ist noch mehr sind zufrieden sind wir glücklich das war eine schöne folge jetzt können wir nur hoffen dass man nicht gut und sich gut ja da bist du richtig ich dachte jetzt eigentlich dass du sagst da bist du ich bin ich stehe da eine ecke ich bin das schon immer mega cool ich stehe hier in der ecke und hau in die falsche richtung du sollst mich nicht kontern du sollst mir einfach nur sagen die einfach mal nach rechts das ist ja auch mit dem meter nein hier jetzt haben kommt ja noch nicht nur ich bin gleich tot noch konnte das passieren ja du bist schlecht ja nein wo bin ich ich habe mich einfach nicht ich drehe ich drehe nein ich habe da jetzt raus ich verstehe gar nicht warum ich gleich tot bin ich sag dir ne ein paar die best oft auf unser let's play machen was glaube ich bei denen hier passieren wird werden die einfach hier so einen schwarzen 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 er macht ja auch nicht so viel schaden jetzt habe ich gerade mal bemerkt wir müssen leider die aufnahme beenden weil wir müssen essen wir haben es jetzt ja auch fertig ich wollte gerade das wäre so richtig geil wenn alle geheilt wären außer du das ja ich dachte auch wo bleibt dann meine lebensenergie ja das wäre so dann denkt sich das spiel so der hat ja nichts gemacht der hat ja nur schaden bekommen nöder kriegt nicht voll leid der der hat sich nichts verdient der kriegt nichts fertig aus der lauch alter der lauch kriegt hier gar nichts so wir hoffen ihr hattet irgendwie doch wieder mal ein bisschen spaß mit uns auf jeden fall das däumchen was ein träumchen werde nicht vergessen darf ich noch was abonnieren und glöcke und das wird jetzt papa noch sagen und wir sehen hier ist im rot der boss kommt in der nächsten folge von kirby gibt es dann die vierte und letzte dimension also sagen wir tschau wo ist das glöcke